Servus und grüß euch! Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Max, ich bin der Skischulleiter der Sportcheck Skischule und ich erkläre euch heute, wie ihr euch am besten für die Skitour vorbereitet und was ihr alles dabei haben müsst. Damit das Ganze nicht zu sehr ausartet, nehme ich mir pro Kapitel drei Minuten Zeit. Let's go! Wie ziehe ich mich auf Skitour richtig an? Bergauf ist es meistens zu warm, beim Bergabfahren ist meistens zu kühl. Damit es euch nicht so geht, kommen hier meine drei Tipps, damit ihr sicher und vor allen Dingen komfortabel auf Skitour unterwegs seid. Tipp Nummer eins, wählt die richtigen Schichten. Eine richtige Skitourenausrüstung besteht meist aus vier Schichten. Erfahrungsgemäß bewährt es sich wirklich, beim Skitouren gehen meist eine Unterwäsche anzuziehen, darüber einen Base Layer, dann eine Isolationsjacke und dann eine Hardshelljacke aus windabweisendem Material zu nehmen. Das ist die beste Kombination, die dich sicher am Berg begleiten wird. Beim Bergaufgehen kannst du dann verschiedene Schichten in deinem Rucksack verstauen und beim Bergabfahren wieder anziehen, damit es dir nicht zu kalt wird. Tipp Nummer zwei, wähle die richtigen Stoffe. Natürlich haben verschiedene Funktionsmaterialien unterschiedliche Aufgaben. So ist es zum Beispiel wichtig, eine atmungsaktive Unterwäsche nah am Körper zu tragen, zum Beispiel aus Merino-Wolle, die den Schweiß vom Körper weg transportiert. Als Mitlayer ist es besonders empfehlenswert, eine Daunenjacke oder ein ähnliches Material wie zum Beispiel Primerloft zu verwenden, damit es dich warm hält. Das ist vor allen Dingen bei der Abfahrt extrem wichtig. Als Hardshelljacke würde ich eine Gore-Tex-Membran oder ähnliches empfehlen, die dich vor Schnee, Kälte und Wind schützt. Mein dritter Tipp, was sind die richtigen Accessoires, die ich auf Skitour dabei habe? Da gibt es natürlich ganz verschiedene Geschmäcker, ganz verschiedene Styles. Je nachdem, wie ihr unterwegs sein wollt, habe ich ein paar verschiedene Vorschläge für euch mitgebracht. Ganz wichtig ist es, einen Rucksack mitzunehmen. Ob das ein Avalanche-Bag ist oder ein ABS-Rucksack oder ein ganz normaler Rucksack, ist eigentlich im ersten Sinne mal egal. Das kommt natürlich darauf an, wie risikoaffin ihr unterwegs seid und wie sicher ihr am Berg unterwegs sein möchtet. Darüber hinaus empfehle ich auf jeden Fall, eine Skibrille und eine weitere Sonnenbrille mitzunehmen mit einem UV-Schutz, damit ihr bestmöglich geschützt seid. Ganz wichtig sind auch noch Wechselklamotten, vor allen Dingen die unterste Schicht doppelt einzupacken, damit ihr oben am Gipfel, am Ende des Aufstiegs, die Klamotten wechseln könnt und so wieder geschützt seid. Des Weiteren würde ich euch empfehlen, ein Stirnband oder eine Mütze mitzunehmen, damit ihr beim Aufstieg geschützt seid oder unter den Helm anzuziehen. Dann empfiehlt sich natürlich noch eine Thermosflasche oder generell etwas zu trinken mitzunehmen und ein paar Snacks als Proviant. Und noch ein weiterer Profitipp. Wenn ihr später in der Saison unterwegs seid, wie zum Beispiel im Frühjahr, empfiehlt es sich, ein bisschen Skiwachs mitzunehmen, um das auf die Felle aufzutragen, dann stolzere Ski nicht an. Wie bin ich beim Skitouren gehen sicher unterwegs? Dazu gibt es natürlich wahnsinnig viele Aspekte. Ich habe drei Tipps für euch mitgebracht, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, damit ihr sicher am Berg unterwegs seid. Tipp Nummer 1. Checkt euer Equipment. Bei keiner Skitour darf fehlen die Notfallausrüstung. Die Notfallausrüstung besteht aus drei Komponenten. Einmal das LVS-Gerät. Das LVS-Gerät ist meistens mit Batterien betrieben. Die sollten vor jeder Skitour gecheckt werden. Des Weiteren solltet ihr unbedingt sicherstellen, das LVS-Gerät immer nah am Körper zu tragen, auch im Aufstieg. Im Rucksack hat es nie etwas verloren. Die nächste wichtige Komponente ist die Sonde. Die Sonde wird bei der Feinsuche verwendet, um den Verschütteten zu orten. Die letzte Komponente ist die Lawinenschaufel. Die Lawinenschaufel dient dann, den Verschütteten auszugraben. So seid ihr sicher am Berg unterwegs. Aber das ist noch nicht alles. Des Weiteren würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, ein Erste-Hilfe-Set für die Erstversorgung mitzunehmen. Das geht auch mal bei kleineren Unfällen oder Unfällen, bei denen ihr mit dazu stößt. Es ist immer wichtig dabei zu haben. Und zu guter Letzt der ABS-Rucksack, wie in diesem Fall hier. Ein ABS-Rucksack kennzeichnet sich mit einem großen Ballon, den es aufbläst, nachdem man ihn gezogen hat und euch so im besten Falle oberhalb der Schneeoberfläche hält, falls eine Lawine ausgelöst wird. Tipp Nummer zwei. Ohne einen Kurs vor eurer Skitour geht überhaupt nichts. Der sollte auch jedes Jahr unbedingt aufgefrischt werden. Ihr müsst dafür nicht immer zu einer professionellen Skischule oder Bergschule wie die Sportcheckberg- und Skischule, sondern könnt das auch zusammen mit Freunden machen, die vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit dem Thema haben und genau wissen, um was es geht. Aber nehmt euch die Zeit, geht raus, vergrabt einen Rucksack und sucht diesen einfach mal. Das ist extrem wichtig, um eine gewisse Routine zu entwickeln und in der Notfallsituation schnell agieren zu können. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr die Handhabung des LVS-Geräts oder der Notfallausrüstung entsprechend sicher beherrscht und routiniert durchziehen könnt, falls es mal zu einem Notfall kommen sollte. Tipp Nummer drei. Plant eure Tour gründlich. Das bedeutet, schätzt euch auch entsprechend ein. Seid ehrlich zu euch, plant realistisch und kennt jede Person, die mit euch in der Gruppe unterwegs ist. Denn die ganze Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Habt immer eine Karte dabei, habt das Wetter im Auge, vor allen Dingen die Lawinenlagesituation. Zusätzlich gibt es heutzutage natürlich im Internet wahnsinnig viele Erfahrungen von anderen Personen, die vielleicht schon auf Tour unterwegs waren und ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Ein weiterer Profitipp von meiner Seite, die Bedingungen wechseln über den Tagesverlauf. Wenn ihr am Nachmittag eine gewisse Abfahrt fahren wollt, heißt es nicht, dass die Bedingungen, die ihr in der Früh vorgefunden habt, die gleichen am Nachmittag sein werden. Seid also auf der Hut, sammelt Erfahrungen und am wichtigsten seid zurückhaltend am Berg unterwegs. Welches Material braucht ihr auf Skitour? Um euch einen ersten Einblick zu geben, habe ich ein paar Essentials zusammengefasst, die in keinem Skitour-Equipment fehlen dürfen. Punkt Nummer eins. Die Wahl des richtigen Skis. Wie in diesem Fall zu sehen bzw. für mich zu fühlen, der Ski ist extrem leicht. Des Weiteren erkennt ihr sofort eine andere Art von Bindung, die auf dem Ski montiert ist. Das ist eine sogenannte Pin-Bindung. Die Pin-Bindung fasst die Spitze des Skischuls vorne an den Aufnahmen ein und ermöglicht es, der Ferse sich frei von oben nach unten zu bewegen. So seid ihr kraftsparend und ökonomisch am Berg unterwegs. Ein weiterer wichtiger Ausrüstungsgegenstand ist der entsprechend richtige Skistock. Ein Skitouren-Skistock zeichnet sich dadurch aus, dass der Teller entsprechend breiter ist als bei einem Alpin-Stock. Das verhindert das zu tiefe Einsinken im Schnee. Des Weiteren sind gute Skitourenstöcke, wie in diesem Fall, mit einem Faltmechanismus versehen, die es euch ermöglichen, den Stock entsprechend platzsparend im Rucksack zu verstauen. Der zweite Ausrüstungsgegenstand, der natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der richtige Skischuh. Auch hier haben wir bereits in einem Video über Skischuhe erklärt, was ein Skitourenschuh ausmacht. So sind zum Beispiel in einem Skitourenschuh vorne zwei Einsätze für die Pin-Bindung verankert, damit ihr jede Pin-Bindung entsprechend benutzen könnt. Des Weiteren habt ihr hier hinten die sogenannte Walk-Funktion. Die Walk-Funktion ermöglicht es euch, den Skischuh-Schaft oben frei beweglich zu gestalten. Das ist vor allen Dingen ergonomischer und spart extrem viel Kraft beim Bergaufgehen. Bei der Abfahrt könnt ihr diesen Mechanismus wieder einrasten lassen und seid wie in einem normalen Skischuh unterwegs. Ein weiteres Feature eines Skitourenschuhs, man sieht es hier schön in diesem Modell, ist eine entsprechend geformte Sohle, damit wenn ich die Ski mal auf den Rucksack tun muss oder schultere, ich entsprechend sicher im alpinen Gelände unterwegs bin. Zu guter Letzt kommen natürlich noch einige wichtige Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel das Skitourenfell hinzu. Ein Skitourenfell, wie am Beispiel hier, ist essentiell für den Aufstieg. Ein Skitourenfell verhindert das Abrutschen und kann auch bei härteren Bedingungen hergenommen werden. Allerdings nur, wenn es entsprechend gewartet und gepflegt wird. Hier ein paar Tipps dazu. Vor der Skitouren müsst ihr unbedingt darauf achten, den richtigen Sitz des Fells am Ski zu überprüfen. So werden lästige Rumrutschereien, die während der Tour entstehen können, vermieden und ihr seid sicher in jeder Situation am Berg unterwegs. Des Weiteren empfehle ich euch, bei mehrmaligen An- und Abfällen während einer Skitour, vielleicht mit kleinen Zwischenabfahrten und so weiter, das Fell nah am Körper zu verstauen. So vermeidet ihr, dass es unnötig nass wird bzw. zu kalt wird, was wiederum die Haftung auf dem Ski einschränkt und ihr nicht sicher am Berg unterwegs sein könnt. Achtet darauf, dass die Felle nie direkt miteinander verklebt werden und immer, wie hier zu sehen, mit dem Sheet als Zwischenlage verklebt werden. Damit ist aber noch nicht getan. Nach der Tour empfehle ich euch, die Felle entsprechend zu warten, denn sonst habt ihr nicht lange Spaß mit dem Material. So heißt das zum Beispiel, legt die Felle nicht direkt auf die Heizung, denn ansonsten wird der Kleber weich und verläuft unter Umständen, sondern lasst das Fell einfach bei Zimmertemperatur austrocknen. Ganz wichtig, nehmt euch die Zeit, nehmt die Felle aus dem Rucksack, aus der Tasche und lasst sie austrocknen. Ansonsten habt ihr wesentlich weniger Spaß und eine kürzere Lebensdauer für das Fell. Ein weiterer Tipp zur Fellpflege, wachst das Fell oder imprägniert das Fell in regelmäßigen Abständen ein. Das ist vor allen Dingen im Frühjahr extrem wichtig, um das Anstollen des Schnees am Skifeld zu vermeiden. Ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Fragen eurerseits beantworten. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentarleiste oder schaut vorbei bei der Sportcheck Berg- und Skischule. Wir freuen uns, mit euch die ersten Erfahrungen machen zu können. Viel Spaß und einen sicheren Winter. Wir freuen uns, mit euch die ersten Erfahrungen machen zu können.